Wir sind schon wieder seit dem 9 mal dran und haben mal genug Bier getrunken, was wir da sehen wollen. In der Kiste da, auf dem Fußballtisch, Spiele gespielt, Charles. Haben wir die Drums gestern fertig aufgenommen. Für die Gitarren auch fertig aufgenommen. Ein paar Überraschungen haben wir bei der Gitarren für euch. Gesang habe ich jetzt gerade den Refrain von Save the Art gemacht. Wichtig ist bei Save the Art dran. Was passiert jetzt heute noch alles? Wenn wir es schaffen, meine Körse noch aufzunehmen, morgen kommt der Bass dran und der Rest vom Gesang wahrscheinlich. Schauen wir mal, was da spicht ist. Komm mal zum Spicht. Sonne Hä? Ist es nacherst. Nach dem Riff. Nein nein nein. Dann kommt ja noch das Intro. Dann kommt die Strophe. Dann kommt der Breakdown am Anfang. Und der Breakdown kommt nochmal. Hast du das richtig gesetzt? Du zeigst es. Komm nochmal. Wer kommt da? Ja, der ist gegen am Schluss. Okay. Wie lange bist du schon da, Domi? Zehn Stunden schon fast. Seit um neun Uhr. Scheiss mit einem Mann. Waa, die Frau zoppelt. Komm, alle Chips in Karte, Mann. Ruhh. Mann, Mann, Mann. Mal, Mann. Du glaub ich alleARn wie aus dem Klo, ja, Mann. Mann. Mann, Mann, Mann. Du bist fertig. Ich hab' ihn schon oft gesehen! Fuck off! AHAHAHAHAH! Alter! Ich will von der Hose durchgehen! DRIVE! 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 Jetzt gut die Frage ob das zu lang war oder nicht? Warte noch. Ist der scharf? Ich höre nichts. Hallo? Ja, jetzt sind wir auf der Sendung. Ha! So witzig geht der? Zwei 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 War jetzt schon aufgenommen? Wer steht Regina? Regina ist r**, relativ billig sind 6,60€ Eja So geht's halt so bei uns. Garit, ich speichern gut, den könnte man jetzt mal den Song Hallo.